Hallo, ich bin Jan Christoph Daniel. In diesem Videotraining zeige ich Ihnen, was Sie bei einer Entsendung ins Ausland alles beachten müssen. Ich habe selbst aus eigenem Antrieb über sieben Jahre in Asien gelebt und gearbeitet. Das erworbene Wissen möchte ich gerne mit Ihnen teilen, damit Sie sich mit den besonderen Anforderungen eines beruflichen Auslandseinsatzes vertraut machen und potenzielle Fallstricke vermeiden können. Seit meiner Rückkehr nach Deutschland bereite ich verstärkt Führungs- und Fachkräfte für Auslandseinsätze vor. Außerdem halte ich Workshops zum Thema internationale Karriereentwicklung. Die Videos richten sich an Führungskräfte und Projektleiter, die sich auf einen längeren Arbeitseinsatz im Ausland vorbereiten. Auch Entscheider und Geschäftsführer, die den passenden Kandidaten für eine Entsendung suchen und Personalentwickler, die Fachpersonal im Ausland betreuen, werden neue Impulse für ihre Internationalisierungsstrategie bekommen. Bei der Entsendung von Mitarbeitern entstehen einem Unternehmen immense Kosten. Analysen zeigen leider, dass oftmals noch nicht einmal die Hälfte aller Entsendungen erfolgreich verläuft. Entweder wird der Einsatz frühzeitig abgebrochen oder das Projekt wird nicht abgeschlossen. Es kann jedoch im Vorfeld eine ganze Menge getan werden, um diese Risiken zu minimieren. Das Videotraining gibt konkrete Tipps und Handlungsempfehlungen für einen erfolgreichen Einsatz. Dabei stelle ich den Ablauf der Entsendung holistisch dar, das heißt primär aus der Sicht des Entsendten und dessen mit ausreisenden Partners, aber auch aus Sicht der Personalabteilung. Mithilfe des Begleitmaterials können Sie Ihre kulturellen Werte bestimmen, Kriterien für die Einreise und den Erhalt einer Arbeitserlaubnis prüfen, sowie ein Stakeholderportfolio entwickeln. Außerdem erhalten Sie zahlreiche Tipps zum Umzug und zur Wohnungssuche im Zielland. Darüber hinaus erhalten Premium-Abonnenten ein Arbeitsblatt zur Gesamtplanung sowie eine Kraftfeldanalyse, die Ihre Entscheidung vereinfacht. Ein Arbeitsblatt zur Bestimmung des eigenen emotionalen Ankers rundet die Begleitmaterialien ab. Unternehmen Sie mit mir Ihre ersten Schritte in der Entwicklung einer nachhaltigen Internationalisierungsstrategie. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit diesem Videotraining. Vielen Dank! Danke! Danke! Danke!